Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EURTRUCKSIMULATOR 2! Waaah! Egal. 333 Kilometer noch. Und verspätet natürlich, ja. Und so, und meinen ganzen Tag sind wir verspätet. Ohohoh. Vielen Dank. Ja, 841 Franken Einkommen. Ja, jemand ist im Level aufgestiegen. Oh, shit. Oh, shit, 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 shit. Oh, shit, shit. Boah, live bei denen, die haben so viel Einkommen. Oh, shit. 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 ich muss 100 franken zahlen durch diesen zoll zu kommen lol wie behindert ist denn das auch Ah, 240 Kilometer, yeah. Der, 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 der. Mein Lenkrad wird da auch schon ein bisschen warm oder heiß. Ah. Ich muss ja kurz was festschrauben. Ah, fixieren, meine ich. Wie viele Grenzen gibt's denn noch? Nein, mein Gott. Ja, jetzt wurde kein Maut gewitzelt. Keine Ahnung, was das ist, aber okay. Okay. Tschüss. Und wir sind bald da. Ja. Ganz kurz will ich auch noch was schauen. Was, hier ist es grün? Lol. Ähm, okay. Lol. Ahem. Wie ist es? Aha. Wie ist es? Wie ist es? Ach, wie mir ich euch heute hatte. In unserer Gesellschaft. Untertitelung des ZDF, 2020 Hmm Und schon wieder eine Grenze Mein Gott Woohoo Disco, disco Woohoo Sieben Franken Maut Soll Ah sicher Weil ich weiterfahre Während ich mich bezahle Huh Hä Aha Ich bin jetzt Erst Durch eine Stadt Muss ich zuerst fahren Und nachher Ach so Oh Verzeberata Hahaha Vars Cava Vars Cava Huuu Äh Loll Ah Oh Oh Ah ich habe die ganze zeit das fernlicht angehabt lol noch 162 kilometer ha 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 kompfert fährt los spaß die du blöder baster du ok Okay, die Ladung kommt viel zu spät dann. Mehr als ein Tag sehr wahrscheinlich. Sind wir verspätet? Donnerstag zwischen 9 Uhr 27 und 16 Uhr 7 sollte sie ankommen. Jetzt ist Freitag 10 Uhr 52. Was ist denn Nachmittag zwischen 16 Uhr 7? Okay. Jetzt regnet es sich mehr. Und jetzt regnet es wieder. Na, so geht es schon wieder aus. So. Ich liebe es zu blinken. Ich liebe es zu blinken. Jetzt kommen wieder meine Durchquetschkünste. Lol. Blöder fort, fahr, los, husch, bewegt deinen Hintern. Piep piep. Oh, ich werde leer. Hier ist 50, aber ich piepe mal auf 50. Ich fahr hier 90. Ich bin krass. Angsthassenspiel. Okay, ich bin der Angst also. Hier, Kreditraten bitte. Oh, nö, nicht. Mist. Jetzt habe ich noch weniger Geld für mich. Noch 10.000 für mich. Ich bin sehr schwer. Ich bin sehr schwer. Ups. Entschuldigung. Oh, nicht mit Absicht. Boah, riesen Baustelle. Äh, hierhin will ich mal was liefern. Hier hin will ich mal was liefern. Ballistock. Ballistock. Nö. Loll. Boah, hier ist 50 nicht 30. Hm, wie viel mal noch? scheiß auf rot ich war einfach rüber ich will meine lieferung abgeben hmm Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020